So ihr Lieben, wir sind nun beim 18. Tune of the Week, am Sonntag, den 5. Mai 2024. Wir haben Highland Gathering und in Anbetracht der vielen Solo-Wettbewerbe, die heute stattfinden, gibt es auch von mir mal einen P-Work, den ich euch antue. Und zwar habe ich den 2021 in der Online-Competition gespielt. Und es ist eigentlich verwunderlich, was ich damals für Stücke gelernt habe, die ich gar nicht mehr spiele im Moment. Und zwar Katharines Lament. Viel Spaß damit! 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 Amen. 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 Amen.